Fahren wir da durch? Ja, dürfen wir hier durch. Ich glaube, hier darf man gar nicht durchfahren. Nein! Wir dürfen hier nicht fahren, hab ich eben gesagt. So. Schnell raus hier, bevor wir wieder Strafe zahlen. Jo Leute, was geht? Web on One. Ist am Start und heute fahren wir zum Timmelsjoch und Jaufenpass. Fuck bist du laut, ey. 7,7 laut, ich höre mit euch, wenn ihr redet, überhaupt nicht. Warte mal, bis der richtig warm ist der Auspuff, Junge. Genau mal, so richtig schattig. Ich bin kurz vom Restaubegrenzen. Ich bin kurz vom Restaubegrenzen. Gucken alle. Ja, die gucken alle. Ja, die gucken alle. Was ist bei dem Jungen los? Ist da oben was, Patrick? Fahrradfahrer. Meint ihr, dass du eine Spur vom Knie schreitst? Nein. Und Fahrräder. Die Fahrräder driften. Ich muss mal den Fuß aufgeben. Das macht den Durchbau in den Knie schreit. Hallo, du bist live. Ja, hallo und willkommen meine Freunde. Kommen wir nach vorne? Alles gut. Verkehr, Achtung, Klickser. Hahaha! Auch der geile Aussicht hier. Ja, Mann. Boah, ist er unten. Geil, 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 ey. Boah. Junge. Bild? Bild, wenn wir hier was finden, was... Ja, das ist eigentlich mega geil da. Da, wo das offene Tor ist. Dreh mal hier. Was? Mal wenden? Ja, einmal drehen, bitte. Oder können wir hier auch ein Foto machen? Naja, nicht so gut. Auch gut. Ja, du hast recht. Auch gut. Aber das könnte doch... Man könnte so ein Foto machen. Jetzt heißt nichts. Marco müsste sich dann hier hinstellen, das wäre geil. Ich finde, da sieht man noch so ein bisschen die Frischigkeit drauf. Boah, guck mal hier links ein Wasserfall an. Geil! Boah. Haben wir hier Schnee hier oben, wie geil. Können wir gleich lecker Eis essen hier oben, oder? Lecker schmecker. Ja, das ist eine heiße Schokolade. Boah. Oh, wie ist das schön. Sind wir jetzt ganz oben? Können wir gut sein. Ja, der Sack wird nicht angekommen. Pause, stehen bleiben. Ich fahr mal kurz Offroad. Bis gleich. Macht Fotos. Jo. Seid ihr jetzt viel weiter gefahren eigentlich? Ja, auf dem Fahrplatz hier. Okay, ich komm gleich. Ich steh mit dem Helm ab. Du siehst uns aber auf der linken Seite. Ja. 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 Okay, ist das geil? Die Schecke macht richtig drauf, ne? Naja, Mann. Okay, auf der Suche nach was zu futtern und auf dem Tabakoladen. Fack ist das heiß, wir haben locker 32, 34, eigentlich 40 Grad, oder? 100 Grad wahrscheinlich. Das ist schon schön hier, finde ich. Ja, mega. Mega schön hier. I can't hear anything. Hast du Angst, Marco, jetzt? Bist du nervös? Guck mal, die Militäris hier. Nö. Guck mal, wie die fahren, wie die besinkten Säue. Und das mit so einer Uniform, ey. Zack, zack, zack. Danke fürs Vorbild. Ich kippe. Oh, geil. Ich bin mit dir nicht. Am Schrubben? Ganz schön viel. Wie heißen sind eure Kiste? 95. 96, meines Heißer. 96. 97, aha. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auch durch. Gut, hier. Auch, Jan? Einfach fahren hier in Italien. Was glaubst du? Einfach fahren. Einfach drauf los. Junge, Alter. Uff. Uah. Ja, kein Ding. Wer hat sich da gehupt? Wer hat sich da gehupt, ey? Scheiß, man. Voll versehen. Aber das hat hier keiner gemerkt. Fahren wir da durch? Dann dürfen wir hier durch. Passt du da durch, dann darfst du da durch. Keine Regel. Hier gibt es ein Spar schon mal nach links. Ja, dann lass uns doch schon mal da hinfahren. Ich glaube, wir dürfen uns da nicht durchfahren. Nein, wir dürfen hier nicht fahren, hat ich gesagt. Wer hat das gesagt? Eine Frau, eine Fahrradfahrerin. Dann parken wir jetzt hier. Dann fahren wir ja nicht mehr, ne? Wie wir dann rauskommen, ist eine andere Sache. Ich stelle mich aber dahinter. So. Schnell raus hier, bevor wir wieder Strafe zahlen. Guck dich mal um nach dem Schild, ob das nicht steht. Ja, hinten sieht das auf, kann ich nicht. Also zukünftig fahren wir nicht mehr in die Fußgängerzone. Gibt nämlich sonst 93 Euro Strafe. Ein Glück haben wir hier einen netten Hotelhausmeister getroffen, der für das für uns irgendwie jetzt geregelt hat. Wie das genau hier in Italien abläuft, weiß ich nicht. Aber wir hoffen mal, dass wir jetzt keine Strafe zahlen müssen. Eingekauft haben wir... Hier parken soll. Ja, oder hier parken, genau. Eingekauft haben wir jetzt auch. Tabakoladen haben wir auch. Ich würde sagen, jetzt fahren wir nach Hause und grillen schön, wa? Aber ich muss sagen, Bozen ist ein schönes Städtchen. Aber das kennen wir doch hier, wie waren wir ja schon ein paar Mal. Der will einen Rennen. Hier steht Polizei. Das ist ein schönes Städtchen. Das ist ein schönes Städtchen. Das ist ein schönes Städtchen. Wir haben noch mehr zu überholen, scheiße. Ne, ne, lohnt sich auch nicht. Bleiben wir hier. Gut, Patty. Das war die erste und einzige Abmoderation wahrscheinlich in dem Video. Aber willst du die Abmoderation eben machen? Komm mal her. Haben wir nämlich die letzten Tage immer vergessen. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist die Stimme von Patty nicht aufgenommen worden. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Und ihr lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao. Ciao.